Hallo Leute, hier ist Scream und ich habe euch drei wichtige Sachen mitzuteilen. Zum einen wäre das, dass ich am Wochenende nicht da bin. Deswegen werdet ihr diese Nacht, also heute auf morgen und morgen Freitag, zwei Videos kriegen. Das könnt ihr euch dann selber einteilen oder so. Dann, Punkt Nummer zwei ist, dass mir vorgeschlagen wurde, dass ich als Hauptprojekt Need for Speed Hot Pursuit machen soll. Und ja, da wollte ich euch fragen, wie ihr das findet und würde euch bitten, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr das wollt oder ob ihr es eben nicht wollt. Oder wie ihr es findet. Damit werde ich dann aber erst beginnen, wenn ich das hier fertig habe. Und vorher werde ich damit nicht beginnen. Und dann komme ich nochmal hierzu, Punkt Nummer drei. Ich wollte euch fragen, ob ich jetzt, da ich alles nochmal neu aufnehmen muss, weil ich meine Festplatte formatieren musste, wollte ich euch fragen, ob ich bei, ob ich Homefront auf Englisch oder auf Deutsch spielen soll. Ja. Sagt es mir einfach, schreibt es auch in die Kommentare, also einmal schreibt in die Kommentare, Need for Speed Hot Pursuit, ja, nein. Und Homefront Deutsch oder Englisch. Okay. Ja, wir sehen uns dann bei einem Let's Play wieder. Oder sonst irgendwann. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.